. So, da ist der Highball. Und es ist ein gelegter Ball Richtung 1. Grizzlies bauen trotzdem auf, kommen nicht zum Punkt. Und über Kopf auf Mote. Das war so klar, wie der Anlauf kam. Und Hannes Tille weiß einfach, dass Nemo Mote da ist. Von Unterartigen gekommen nach Karlsruhe. Mal Aula! 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 Das meine ich. Das ist schon der Volleyball. Perfekt gespielt. Und keine Chance für Figue 10. Mal Aula! 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 20-18. Oh, schaut euch das mal an, wie diszipliniert die Hände sind da von Michael I. wie gerade. Kuczynski, Hannes-Gerk und Theo! Der war oben, der war noch auf dem Fuß. Starke Abwehraktion hier, die Netzhomers geben nochmal alles. Um sich hier zu verabschieden, aber das ist da nicht mehr zu verteidigen. Tollofa's Annahme sehr dicht, aber gut gespielt von Kuczynski. Das Eindigen zum Spiel. Der war nicht leicht, der passt. Nein. Sehr schön gelöst für Milan. Der muss eigentlich wissen, dass der Zuspieler hinten ist und da die Ballen angreifen kann. Dass er da mitspringt. Das war lautiger Winkel von Eric Roers. Ich glaube, der hat schon mal höher gespielt. Der kann was, habe ich gehört. Dieser Eric Roers. Das haben einige gehört. Über Korb und dann ist das knapp. 2,8. Ja. 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 Das hat immer eine nicht geklärt. Was für eine Reaktion. Aber dann punktet trotzdem KW. Ich bin 11. Und hier mit Erfolg. Und nochmal hinterher. Nein, was ist das denn? Alter Falter. Willkommen im modernen Volleyball. Wow. Wauw. Mit dem direkten Anspielfeld.